Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 4 Gameplay von mir, diesmal TDM auf der Map Hainan Raison und mein Thema heute, ja eigentlich gibt es gar kein Thema, ich wollte mich eigentlich nur noch für die Zeit bedanken für alle Battlefield 4 Fans vor allem, das hört sich jetzt so an als wäre es das letzte, nein ist es nicht ich werde euch beruhigen, keine Sorge, aber es wird wahrscheinlich eines der letzten Videos sein, die ihr von mir sehen werdet was Battlefield 4 angeht, weil, wie ihr ja alle wisst, heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag was heißt das, Hardline ist am Start und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da mich Battlefield 4 in letzter Zeit sowas von ankotzt, das einzige was mich daran motiviert hat das Spiel zu spielen ist eigentlich nur mein Platoon ich habe in der, wie soll ich sagen, in dem eineinhalb Jahren so viele coole, nette Typen kennengelernt das könnt ihr euch nicht vorstellen es ist einfach der Hammer und nur mit denen macht es auch so richtig Bock und richtig Spaß und dafür wollte ich mich auch ganz herzlich hier bedanken an meinen Platoon natürlich gibt es immer irgendwo Sachen, wo man sich sagt, hör mal, das könnte ein bisschen besser laufen allein schon die Teilnahme an gewissen Events zum Beispiel oder an Fragen im Battlelog viele sind halt, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt viele Stoppfische, auch in meinem Platoon die sich, weiß ich nicht, es scheint denen zu viel Arbeit zu sein, mal hier und da einen Kommentar zu lassen oder so mag er sein, dennoch, ich sage jetzt mal, der Großteil unseres oder meines Platoons das sind Hammertypen, ich kann es euch nicht sagen, das macht so viel Bock, das macht so viel Fun mit denen zu zocken und ich kann es echt nur allen empfehlen, vor allem, stellt euch mal vor, das sind alles Randoms ich kenne sie nicht persönlich, aber wir verstehen uns so gut, als würden wir uns schon länger kennen und das teilweise auch blind, es ist so, weil wir sind, mit einigen sind wir im Chat und andere zum Beispiel hören nur zu oder reden halt nicht oder haben kein Headset ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll aber es ist teilweise ein blindes Verständnis und es ist unglaublich und das macht so viel Spaß und das ist, wie gesagt, der einzige Grund, warum Battlefield 4 mir eigentlich noch Spaß macht obwohl ich mich in vielerlei Hinsicht aufrege und das geht aber meinen Platoon-Mitgliedern nicht anders also, so ist es nicht, aber wir ergänzen uns so gut, dass man das teilweise echt, sage ich jetzt mal ja, merken tut man das schon, weil das sind ja gravierende Fehler aber man kommt halt drüber hinweg weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll es ist phänomenal einfach es ist echt und deswegen mit dem Video hier weil da waren auch viele Platoon-Mitglieder dabei nochmals echt vielen Dank für euch ich bin echt froh, euch kennengelernt zu haben ihr seid echt klasse Typen und Daumen hoch und ich hoffe, dass es eben mit Hardline so weitergeht mit euch ich meine, ich weiß von vielen, dass es so ist und darauf freue ich mich echt am meisten nicht nur auf das Spiel, sondern dann eben auch mit unserem ich hoffe, dass man bei Hardline eigentlich auch einen Platoon machen kann oder wie nennt man das da? einen Spot wahrscheinlich kein Platoon mehr, sondern ein Swat ja, wird es so sein, ich hoffe doch weil ich möchte echt mit meinen Kumpels ich muss jetzt sagen, echt Kumpels da weitermachen und ich freue mich echt tierisch drauf nichtsdestotrotz ist das eben dadurch auch eines der letzten Videos es ist zwar noch eines geplant mit einem, auch mit einem Platoon-Mitglied wieder näheres verrate ich jetzt nicht ist ein Geheimnis schauen wir mal ich denke aber, es wird eine lustige Sache und das werde ich euch dann nicht vorenthalten es kommt dann vielleicht am Samstag oder je nachdem, schauen wir mal natürlich wird mein Augenmerk jetzt auf Hardline sich richten und natürlich werde ich in nächster Zeit eben mehr Hardline spielen als Battlefield 4 was ja eigentlich auch logisch ist übrigens habe ich diesen Text und diese Kommentare jetzt praktisch zusammenschneiden müssen das muss ich euch jetzt auch nicht gestehen also wundert euch nicht, wenn jetzt mittendrin irgendwo mal es sich anders anhört oder so aber ich muss das leider eben zusammenschneiden weil mittlerweile ist nämlich Mittwochabend ich weiß, es ist voll bescheuert aber ich muss das jetzt einfach so machen weil anders ging es nicht und außerdem kann ich jetzt damit auch die Lücke füllen die mir vorher gefehlt hat mittlerweile ist es eben Mittwochabend ich habe das Spiel Hardline schon es installiert gerade und deswegen kann ich euch eben nur nochmal das, was ich vorher gesagt habe, sagen ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher ob ich auch dieses, ja doch, das Experiment glaube ich werde mal auf alle Fälle machen und abgesehen davon entschuldige ich mich auch noch jetzt hier mit ich weiß, es ist alles durcheinander aber ich bin gerade total aufgeregt und tippelig weil das Spiel gerade lädt und ich bin bei 93% ihr wisst gar nicht, wie mir die Finger schon jucken was wollte ich jetzt sagen jetzt weiß ich es auch gar nicht mehr geil ja, wie gesagt es wird wahrscheinlich eines der letzten also vorläufig eines der letzten Battlefield 4 Videos sein ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel ich werde natürlich gelegentlich auch mal wieder Battlefield 4 zocken aber die nächste Zeit natürlich nicht logischerweise so, was wollte ich noch sagen wie gesagt, eigentlich gilt dieses Video oder ist dieses Video eigentlich nur zum Dank für meinen Platoon wie gesagt, ich habe es schon erwähnt ihr seid großartig ich freue mich auf die nächsten Herausforderungen mit euch ach, ich weiß nicht mehr kann ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr sagen ich finde es nur klasse mit so den Jungs zu spielen ich bin heute leider etwas später nach Hause gekommen und habe mir mal im Platoon-Chat die ganzen Sachen gelesen ey, Leute, echt, es ist geil es ist einfach nur geil und es macht sauspaß mit den Jungs ja ich hoffe, ihr könnt das Video jetzt ich kriege keine tausend Disclice jetzt weil letztendlich rede ich hier nur vom Platoon Platoon hier, Platoon da, Platoon dort und wie geil das ist aber es ist halt so seid mir nicht böse oh, falsches Wort naja, mein Platoon verzeiht mir also, ich mache jetzt trotzdem Schluss das Video dauert jetzt noch, glaube ich, ein paar Minuten ich weiß es nicht mehr genießt die Runde, die war richtig geil, wie gesagt und ich habe Spaß daran und ich bin jetzt bei 96% ich hoffe, dass das jetzt bald fertig wird weil von einem anderen Kumpel habe ich gehört, dass es über eine Stunde gedauert hat naja, es war ja bei der Beta auch so, dass es ewig gedauert hat, bis das Installieren wobei ich das jetzt nicht verstehe, aber egal, es spielt auch keine Rolle und ich lege eben auf jeden Fall gleich mal los also, haut rein und ciao, bis zum nächsten Video liebe Leute verzeiht mir diesen verspäteten Mittwoch- bzw. Donnerstagfrüh-Video egal, also haut rein, ciao und dann geht's mir diesen verspäteten Mittwoch- Ich bin froh, ich bin froh. Gehen! 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 Jetzt noch drei Jungs, kommt schon! Jetzt noch zwei Jungs, wir müssen beide erwischen! Jetzt noch drei Jungs, wir müssen beide erwischen! Jetzt noch drei Jungs! Jetzt noch drei Jungs! Jetzt noch drei Jungs! Jetzt noch drei Jungs!